So, das sind wir wieder. Zurück bei Visage. Oh Gott. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich hier zügig raus müssen. Denke ich mal. Weil, äh, mein Hirn schon wieder... Oh Gott, nein. Scheiße. Hallo? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Alter. Hier ist Licht. Hier kannst du mir nix. Alter. Geht das Licht hier? Nein, geht nicht. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Scheiße. Wo soll ich denn hin? Hallo? Hier ist nix. Okay, ähm, schwierig. Ähm, ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt auch wieder irgendwie Tabletten oder irgendwas. Was ist das? Nix. Okay. Ja. Hallo? Ja, dann leg doch mal auf. Ja, ich weiß. Danke. Scheiße. Soll ich denn hin? Ich habe kein Feuerzeug. Äh, Alter. Bin ich jetzt erschrocken. Okay, warte mal. Ah, hier ist dieser... Ja, ja. Ich bleibe nicht so lange im Dunkeln. Ist schon klar. Ah, Feuerzeug. Ja. Äh, wie kann ich denn das usen? Ähm, 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 ähm. Aber hier ist nix. Ich kann so, kann ich trotzdem noch blitzen. Okay. Ähm, aber hier kann ich nix verwenden, oder? Äh, nein. Kann ich nicht. Hallo? Feuerzeug? Was ist das? Das ist doch irgendein so'n Schrank, oder irgendwas in der Art, oder? Weiß es nicht. Oh Gott. Hallo? Mach hier mal Kerze an. Hier. Kerze. Okay. Gut, dann nehme ich es mit. Auch gut. Äh. Hallo? Jetzt bin ich wieder hier zurück. Äh. Weiß bloß nicht, wo ich hin soll. Oh, na toll. Oh. Ja, ja, ja. Ah, du Scheiße. Kann ich mit dem Auto wegfahren? Scheiße. Äh. Hallo? Kann ich mit dem Auto wegfahren? Ich habe aber keinen Schlüssel. Not available in this moment. Okay. Wo soll ich hin? Ich würde gern... Alter. Verschritte. Hallo? Hallo? Kommt denn der jetzt her? Ach, fick dich doch. Scheiße. Hätte ich eigentlich wieder speichern können? Verdammt, ich habe nicht nachgeguckt, dich Idiot. Nein. Ähm. Schwierig. Ähm. Ich bin auf jeden Fall wieder hier. Und hier ist... Aha, okay. Hier komme ich momentan nicht weiter. Ich habe gehofft, dass hier vielleicht irgendwo... Scheiße. Ich muss hier raus. Welchen Gang gehen wir denn? Ich glaube, wir gehen mal hier lang, oder? Oh je. Hallo? Alter, ich sehe nichts hier. Alter, hier ist es dunkel wie im Rattenarsch. Hallo? Oh, Alter, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Hier ist eine Tür. Hier ist ein bisschen heller. Äh, ja toll. Super hell. Ah, nein. Ich bin wieder hier. Scheiße. Oh, warte mal. Ich glaube, ich gehe hier lang. Ah. Feuerzeug. Feuerzeug. Nein. Okay, jetzt aber fix. Komm, keine Zeit verlieren. Ja, ja. Lass mich in Ruhe. Dein Scheiß da. Okay, warte. Wo soll ich lang? Ich habe keine Ahnung. Ah, scheiße. Wo soll ich lang? Knauze. Ich bin nicht da. Hier lang? Kann ich speichern? Safe. Mach ich mal. Äh, äh, ähm, ähm. Keine Ahnung. Ich nehme mal den ersten. So. Akzept. So. Und wieder. Hallo? Oh Gott, ich darf nicht zu lange im Dunkeln sein. Sonst habe ich ein Problem. Hallo? War das hier? Äh, äh, alter. Muss hier weg. Äh, äh. Nein. Scheiße. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Hier, warte mal. Vielleicht habe ich hier Glück und da ist ein Feuerzeug. Scheiße, die Lichter gehen alle nicht. Die sind alle im Arsch. Im Arsch. Ich habe kein Feuerzeug. Liegt hier vielleicht zufälligerweise eins rum? Eine Tasse. Ganz toll. Ah, warte mal. Hier sind Pillen. Kann ich die nehmen? Nein. Oh, Alter. Oh, Alter. Ja, ich bin... Das ist doch zum Kotzen. Wo soll ich hin? Ich habe keine Ahnung. Ah. Verdammt nochmal. Scheiße, wo waren das nochmal? Da lag in dem Raum das Feuerzeug. Und ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ah. Mist. Komm mal hin. Ich habe keine Zeit. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier lang. Hier hoch vielleicht. Hier ist das Badezimmer. Nein, hier war es nicht. Schnauze. Bin ich da. Hier lang? Scheiße, Mann. Wo muss ich hin? Hier lang? Nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Da ist das Auto. Oh, Alter. Fick dich. Ja, ja, ist gut. Ich bin tot. Ich weiß. Ich habe aber keine Pillen. Ich habe keine Pillen. Ich glaube, ich brauche jetzt wieder hier in diesem Bereich Pillen oder so. Ich habe... Es ist doch zum Kotzen. Okay, warte. Oh, nein. Okay, warte. Scheiße, nein. Hier geht es zum Auto runter. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Lalalala. Äh, warte mal. Jetzt weiß ich, glaube ich, wieder wo. Okay, warte. Ja. Danke. Blitz doch mal. Oh, komm, mach hin. So, und jetzt bevor... Lass mich in Ruhe, Alter. Hör, leck. Leck mich doch. Ich bin gerade jetzt, wo ich das Vollzeug kriege. Nein. Nein. Das Spiel macht mich einfach nur kürre. Ah. Scheiße. Ich kotze gleich. Ich lasse mich nicht beirren. Ich gehe einfach... Scheiße. Das war falsch. Nein. Scheiße. Ich habe mich verlaufen. Kann ich raus? Jetzt jammed. Oh, Herr Hong ist ja freigeschalten. First Reaction. Was? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du kommst jetzt nicht schon wieder. Ich habe jetzt echt keinen Bock auf dich. Alter, ich brauche ein Feuerzeug. Warum steht denn schon wieder Hold and Grab? Fuck you. Nein. Oh. Warum ist jetzt hier die... Kannst du aber ganz schnell knicken, Alter. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Lass mich in Ruhe, Alter. Ich habe Blitzdings. Scheiße, Scheiße. Fuck. Okay, hier lang. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe, Alter. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Und jetzt nimm das scheiß Feuerzeug. Hallo. Nimm das Feuerzeug. Nein, lass das Feuerzeug an, Alter. Quicksafe. Äh, warte. War das F5? Oh, Alter. Nein. Lass das Feuerzeug an. Es war kein Geräusch da, Alter. Arsch. Macht mal einen Tod-Counter. Ah nein, nicht Autosave. Äh. Äh. Autosave? Nein. Game quick. Latest. Latest. Quicksafe. Das ist zum Kotzen, Alter. Ich möchte doch... Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Nein. Feuerzeug an. Oh, Alter. So, jetzt. Wohin? Decker Feuerzeug. Lass mich in Ruhe. Höh. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Ich hab ein Feuerzeug. Anst mir gar nichts. Äh. Soll ich ein lang? Hier vielleicht? Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Lass mich. Lass mich. Lass. Nein. Ich bin nicht im Dunkeln. Lass mich doch jetzt einfach in Ruhe. Äh. Da komm ich nicht durch. Warum nicht? Scheiße, ich will raus hier. Nein. Deck mich. Warum, warum hackt denn das gerade so? Hallo? Was ist denn das? Hier ist ein Schlüssel. Tech Basement. Ja, ja. Warum? Für was ist der Basement Schlüssel? Nein, 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 nein. Nein. Boah, das macht mich jetzt gerade voll aggressiv, das Spiel. Leck mich am Arsch. Was? Nein, ich bin ganz gechillt. Gechillt. Oh. Die anderen Parts waren besser. Weil da konnte ich wenigstens nicht durchdrehen. Ich wurde zwar verfolgt, aber jetzt nicht so extremst wie jetzt hier. Ich habe keine Ahnung. Warum? Ich habe einen Schlüssel. Warte. Wo war denn das jetzt nochmal? Ich kann auch niemanden anrufen. Ein Telefon-Joker oder so. Wohin? Keine Ahnung, wo ich hin soll. Okay, warte. Irgendwie kommt der gerade irgendwie nicht damit klar. Hier, da ist der Basement Schlüssel. Hallo, nimm doch den Basement Schlüssel. Lass mich in Ruhe, Alter. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Pick safe. So. Ach nein, jetzt komm. Verpiss dich, du scheiß Teil. Kann ich die Kamera... Lass mich in Ruhe, Alter. Lass mich. Geh mal noch. Keine Ahnung. Hier sind schon wieder diese Kack-Schalter, aber die lagen letztes Mal doch auch schon da. So, warte mal. Äh. Kann ich... Ich will die Kamera weglegen. Kann ich das nicht? Nein, was macht denn der? Ich will die Kamera weglegen. Kann ich das nicht? Mit Q? Oder F? Oder... Was? Nein, ich will nichts droppen. Scheiße, Alter. Nein. Lass mich in Ruhe. Hier war ich doch schon überall. Hier ist doch nichts. Sind hier Pillen? Nein. Geht denn der zu? Ist hier irgendwas drin? Nein. Schlüssel hab ich, ne? Okay, ich hab... Ich hab den Basement-Schlüssel. Ähm, Basement-Schlüssel heißt, ich komm raus? Nein. Geh weg, Alter. Verpiss dich. Scheiße, wo geht's hier raus? Fuck. Fuck, 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 fuck. Guck mal, ich blitz dich. Basement-Schlüssel. Natürlich. Warte. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Weg, Alter, du Pissen-Ecke. Nein. Alter, der verfolgt mich. Ich hab den Schlüssel, ne? Ich hab Quick-Safe gemacht, oder? Ja, hab ich. Ah. Also, ich muss... Ich muss nochmal an der Haustür gucken, weil... Das ist Basement. Basement? Scheiße, für was war der Schlüssel? Verdammte Kacke. Ich hab den Schlüssel. Mach doch das Ding an. Kann ich nicht. Äh, das blöde Feuerzeug. Weg. Äh, mach das Ding weg. Kann ich die Kamera nicht weglegen? Nee. Mach die Kamera weg. Warte. Dieses Rumgezuckel, das... Das nervt mich grad ein bisschen. Ne, da war ich doch schon. Nein, ich verlaufe mich jedes Mal. Ach, lass mich in Ruhe. Ich hab ne Birne. Warte mal. Hallo. Ich hab's repariert. Was ist das? Nein, das war's nicht. Okay, pass auf. Willst du kippen? Ja. Ich hab aber keine Pillen, du Arsch. Warte. Schlüssel. Schlüssel. You can't use this. Jo, gut. Jetzt wie viel denn Mal was jetzt? Ich weiß es nicht. Was ist der Schlüssel? Der muss irgendwo im Keller. Oder vielleicht ist es der Schlüssel für... Wo wir reingekommen sind. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab den Schlüssel, aber für wo ist der? Achtung mal das Feuerzeug an. Basement. Basement Schlüssel. Ah. Hier vielleicht. Lass mich in Ruhe, Alter. Nein, 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 lalalala. Hier gibt's auch keine Pillen. Habt ihr schon mal irgendwo Pillen stehen sehen? Ich nicht. Hier ist ne Birne. Die nehmen wir mit. Äh, toll. Okay, warte. Hallo. Äh. Oh nein, 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 nein. Ich werd's nicht schaffen, ich werd's nicht schaffen, ich werd's nicht schaffen, ich werd's nicht schaffen, ich werd's nicht schaffen. Mach doch hin. Ha, 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 ha. Und jetzt rein hier. So. Äh, äh, äh. Hallo? Hallo? Oh, komm, Alter. Jetzt hab ich aber genug, oder? Hallo? Lass mich doch da rein, ey. Was ist denn da los? Oh, jetzt aber, komm. Hallo? Oh. Ich hab'n Schlüssel. Äh, ja, ja, ich weiß. Warte mal. Hallo? Hä? Nein! Ich kotze gleich. Patruschka. Lass doch. Ah. Scheiße, ich hab'n Problem. Ähm. Ich komm' hier nicht weiter. Wo soll ich denn hin, Alter? Lass mich in Ruhe, Alter. Lass mich in Ruhe, ich sag's dir. Was? So, hier war ich. Ha! Oh! Fick dich jetzt! Ich hab'n Bock mehr! Leck mich! Ich hab hier nirgends, wo Pillen stehen sehen! Was sind denn hier Pillen? Es... Ich glaub' es gibt hier keine Pillen mehr. Sind aus. Ausverkauft. Im Badezimmer? Nein, hab ich aber schon alle geplündert. Verdammt, zack, bloß. Die spawnen nicht mehr nach, kann das sein? Scheiße, Alter. Ey, wenn jetzt hier irgendwo... Kotz gleich. Ah. Was denn? Ach, komische Spiegelung. Ähm, ja. Ich weiß. Was ist denn das hier? Hallo? Ach nein, das war der Raum und das war der Raum. Scheiße, wo soll ich hin? Basement, Basement. Basement. Ah, warte mal, Basement. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte ja schon... Okay, da war ich schon, da war ja das. Das sind die Kratzspuren. Die gehen da noch runter. Okay, hier sind... Ja, den Spuren bin ich aber schon gefolgt. Nein, lass mich in Ruhe, Alter. So, warte. Ich hab einen Schlüssel. Guck mal hier, Kratzspuren. Äh, bist du hängig hier fest? Nein. Nein. Ah. Ah. Scheiße. Scheiße, scheiße. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht da. Bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Gibt's hier Pillen? Ne, hier gibt's eine Lampe. Na, ganz toll. Nimm mal mit. Ich mach mal einen Quicksave. Und das war wahrscheinlich mein Tod, dass ich das gemacht habe. Hallo? Guck mal, hier sind Kratzspuren. Äh, it's locked. Nothing indicates, bitch. Ah. So, und das andere geht nicht. War da was drin? Nein. Wer ist doch zum Kotzen, oder? Äh. Nein, nein, nein. Ich, ich bin nochmal weg. Tschüss. La, 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 la. Ich bin weg. Mach die Tür, mach die Tür zu. So, ist, haben wir hier irgendwas? Nein. Oh, nein. Oh, ich kotze gleich. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah Naja, ich sag mal, man dreht ein bisschen am Rad, aber trotzdem, man kann es echt übertreiben. Vor allem, ich sehe hier gar nichts. Warte mal, hier ist der Fernseher. Kann ich den... Ich kann den nicht ausmachen. Oh, also, hier gibt es nichts. Okay. Ach komm, nerv mich doch nicht schon wieder, ey. War hier was drin? Nein. Zumindest sehe ich hier nichts. Seht ihr irgendwelche Pillen oder was? Oh, ich bin schon wieder gleich tot. Lass mich in Ruhe. Spast. So, hier ist... Ach. Oh, Mann. Habe ich doch gleich vor Schreck mein Feuerzeug fallen lassen, wa? Ich bin ja normalerweise nicht jemand, der so schnell aufgibt, ne? Aber es ist manchmal echt ziemlich nervig. Ziemlich nervig. Hallo. Feuerzeug, bitte. So. Auf die Tür. Tor, mach weit. Irgendwas. Ich habe irgendwas gehört, aber... So, jetzt gibt mir hier ein bisschen Gas. Was war denn hier? Ging's denn hier hin? War das nur ein Abstellding? Oder... Wie bin ich denn hier? Alter! Alter! Oh! Oh! Ja toll, jetzt bin ich auf dem Klo. Lass mich. Lass mich, du Arschwisch. Nein! Willst du mich verarschen? Ja, hier ist aber dummerweise alles dunkel. Ach, geht nicht. Ich habe keine Lampe. Muss ich leise laufen? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das hier eigentlich für eine Tür? Ah! Lass mich in Ruhe. Was? Ah! Oh! Ne, Leute, jetzt gebe ich auf. Ich weiß es nicht. Der verfolgt mich zu sehr. Ich glaube, ich werde mich echt mal spoilern und muss mal bei jemand anders reingucken, wie der da weitergekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen und vielleicht zähle ich mal die ganzen Tote. Okay. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin dann mal raus. Entschuldigung, dass ich nicht allzu weit gekommen bin, aber naja. Also jetzt, das gehört dazu. Versagen. Danke. Tschö mit Ö.